Gestern sind die beiden Trailer für COD4 Remastered und für Infinite Warfare rausgekommen. Falls ihr die Videos verpasst haben solltet, klickt euch da auf jeden Fall nochmal rein. Ihr findet die Videos natürlich auf meinem Kanal und mittlerweile kann man Infinite Warfare auch schon vorbestellen und in dem Video hier schauen wir uns an, was für Versionen es denn gibt, was dort alles mit dabei ist und vor allem in welchen Versionen COD4 Remastered mit dabei sein wird. Und in der Videobeschreibung sind die ganzen Versionen verlinkt. Das sind Amazon Revlinks, das heißt, falls ihr über so einen Link kauft oder vorbestellt, dann unterstützt ihr mich gleichzeitig noch. Für euch wird der Preis allerdings natürlich nicht teurer. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns die verschiedenen Versionen an. Wichtig hierbei, es gibt keine Version für die PlayStation 3 und für die Xbox 360. Für diese alten Konsolen wird Infinite Warfare und COD4 Remastered nicht mehr erscheinen dieses Jahr. Und ja, den Anfang, den macht erstmal die ganz normale Standardversion. Hier zahlt man 69,99 Euro. Mit dabei ist dann wirklich nur Infinite Warfare, kein COD4 Remastered und sonst irgendwas. Und weiter geht es dann mit der Legacy Edition. Das ist die erste Edition, die auch COD4 Remastered enthält. Hier zahlt man 89,99 Euro und bekommt Infinite Warfare und COD4 Remastered als Download. COD4 Remastered ist immer nur als Download verfügbar. Das heißt, egal welche Version man kauft, es gibt keine CD-Version von COD4 Remastered. Weiter geht es dann mit der Digital Legacy Edition. Das ist die normale Legacy Edition, nur in digital. Das heißt, Infinite Warfare kommt hier auch als Download und COD4 Remastered natürlich auch wieder als Download. Der Preis bleibt hier gleich. Man zahlt wieder 89,99 Euro. Weiter geht es dann mit der Legacy Pro Edition, die teuerste Edition. Hier hat man mit dabei Infinite Warfare, COD4 Remastered, dann außerdem den Season Pass. Weiter geht es dann mit einer Sammler Steelbook Edition. Das heißt, es ist einfach so eine Metallhülle für Sammler. Man kann sich das Ding halt ins Regal stellen. Sieht ziemlich geil aus bei Black Ops 3. Da habe ich eben dieses Steelbook. Wie es bei Infinite Warfare aussehen wird, weiß man leider noch nicht. Weiter geht es dann mit dem Soundtrack zum Spiel. Der wird auch mit dabei sein in dieser Edition. Und weiter wird es dann irgendwelche digitalen Inhalte geben, wo wir noch nicht wissen, was uns da erwartet. Da wurde nichts bekannt gegeben. Ich denke, hier geht es um irgendwelche Tarnungen, irgendwas in diese Richtung. Sobald es da weitere Informationen gibt, werde ich euch natürlich darüber informieren. Und diese Legacy Edition, die wird ganze 119,99 Euro kosten, ist also die teuerste Version, die es gibt. Und diese Legacy Pro Edition, die ist dann auch noch als abgespeckte Version, als Digital Deluxe Edition verfügbar. Hier bekommt man natürlich auch wieder alles als Download. Und zwar Infinite Warfare, COD4 Remastered und den Season Pass. Und hier zahlt man 109,99 Euro. Und ja, das sind die ganzen Versionen für Infinite Warfare. Wie man sehen kann, nur die Standard-Version von Infinite Warfare hat kein COD4 Remastered mit dabei. Alle anderen Versionen enthalten COD4 Remastered. Allerdings bei jeder Version nur als Download-Code. Das heißt, wie gesagt, COD4 gibt es nicht als CD-Version. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu den verschiedenen Versionen sagt. Und wo werdet ihr zuschlagen? Ich persönlich muss sagen, ich habe mir die Legacy Pro Edition gegönnt, bei Amazon gestern Abend noch. Ich bin mal gespannt auf die ganzen weiteren Inhalte, die dann noch mit dabei sind. Und ja, ansonsten war es das dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Falls ihr weiterhin Videos zu Infinite Warfare und zur COD4 Remastered sehen wollt, dann lasst natürlich gerne auch ein Abo da. Das war es von mir. Mein Name ist Fantu. Macht's gut und bis zum nächsten Video.